So, willkommen beim zweiten Teil. Ein bisschen gucken hier, einstellen, damit ich auch nichts verschwommen sehe. So, und ich habe da drüben schon meine Waffe abgequältet. Ich habe leider gestern das schon gemacht. Ich wollte dementsprechend aufzeichnen, aber ich hatte leider ein Problem mit der Steuerung. Ähm, ich erzähle auch gleich warum. Deshalb gehen wir auch gleich mal hier rein. Und wie hat die Laufzeitkomponente, diese XLM Laufzeitkomponente, meine Crêpe-Funktion, also zum Nehmen. Und zwar, dieses hier hat nicht funktioniert. Ich konnte das nicht in die Hand nehmen. Okay, ich soll erst schießen. Und nachleihen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit die Crêpe-Taste gedrückt lassen. Na gut. Dann werden wir halt, ja, ballern. By the rules of the Zombieland Invitational, shooting homers gives a penalty. I should have mentioned that. Sorry. oh shit nein ich muss mit dem werfen erst mal klar kommen muss mit dem waffen erst mal klar ist das anstrengend es 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 No more shotguns. No more shotguns. No more shotguns. No more shotguns. Also shotgun, das ist halt Special Weapon, ne? Okay. Toilettenpapier. Pound for Pound, more valuable than Gold in Zombieland. I'll trade you for gun upgrades. Each gun has a bunch of stars. Pay for them one by one. Was lustig mit Toilettenpapier und Upgrade. Machen. I don't wanna do this a lot. But now success is a reality. Junkyard. Junkyard run. It's a right of passage. Junkyard. Junkyard run. 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 Oh, das war knapp. Das war knapp, aber nur Platz 2051. Okay, das ist maxlevel. 100 brauche ich. Krieg ich noch mal plus 2 Armour dazu. Was zu tun? Das ist wirklich so schade. Welche Tipps? Und hier geht's. Punch the clock? Let's go to work. Das war knapp. Geht's up, pharaoh in turn. Ravenous bastards. Amor ist aus. Ich hab mich ja gar nicht gesehen. 1,54 und dann nochmal Adrenalin, naja, geht mal mal her, sehr gut. Aber 1,5 wäre besser, ne? 1,26, Rang 216, naja, ey, bin ich nachher, später, ähm, Maschinenpistole oder sowas habe. Ich hörte, du hattest eine Fiancée, aber sie hat zombiefiert, hm? Nun, du kannst sie nicht verlassen, du wirst wissen, was du tun musst. Ich glaube, hier wird nämlich ein freigeschaltet. All righty, dann. Time to kill your zombie ex. So cathartic, right? Okay. 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 So we can shut em up and end the madness Shotgun nehme ich dann nur wenn ich tatsächlich gerade komisch nachlade Hey Miami Cool party Immer schön in Skye and Cops Scheiße Scheiße Ja, das war's. na gut so gucke mal da oben was da so ist und schon mal ob wir da doch etwas verbessern können ok das sind im Endeffekt die Errungenschaften so da ich so gerade auch ein bisschen meine Hände sind ausschwitzig und es ist nicht gerade kühl dementsprechend für dieses Video mache ich dann heute mal tatsächlich Cut und ich werde sicherlich dementsprechend noch weitere machen vielleicht anschauen wir mal wenn die Videos gut ankommen das kommt darauf an wie viel gucken und wie viel aufrufen und so ne also fleißig gucken teilen auch gerne und so ne auch der erste Teil gerne dementsprechend da ist gerade der Anfang die kleine Einführung und ja wenn euch das Video gefallen hat dann klickt auf Likebacken und gerne lasst ein Abo da damit ihr auch immer schön benachrichtigt werdet wenn neue Videos kommen und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal also bis dann tschüss tschüss bis dann Untertitelung des ZDF, 2020